hallo und herzlich willkommen zurück bei warwatch ich bin der graphic europe begrüße ich ganz herzlichst bei einer weiteren folge und wir haben noch immer kein match ich werde hier mal lootboxen aufmachen jubileums lootboxen habe ich auch noch okay also ich meine 10 ist nichts mehr ohne kinder habe ich wegen welchen skin habe ich persönlich persönlich ich weiß nicht die sind gegen mich so kann ich nicht alle auf einmal öffnen bitte okay spiel hallo ich bin bereit ich will es noch mehr okay okay was wen was wie wo spielen wir ich weiß damit kris sitzt ja toll leute wir wachsen doch alles sind ab wann ist eigentlich das spiel ist ab 16 oder aber ich glaube ab 16 oder weil weil shooter also shooter komikhafte shooter wer ist ein richtiger shooter also so wie ab 18 wäre es ja ab 18 glaube ich hui 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 okay also ein schönes großes logo okay na dann schauen wir mal ob ich mit ferro überhaupt heute gut bin ich habe keine ahnung super das geht schon mal richtig gut los mal geht's alles klar komm 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 grupp ab hä was wir sind wir sind abgegruppt wir sind abgegrubt tracer 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 Und tot, oder? Ah, jetzt gleich tot. Jawohl, ich habe da eine Nolte. Okay, ich habe da eine Nolte. Die fliegt einfach zu mir. Oh, danke. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Oh, schön gemacht. Wie auch immer den zurückgestoßen. Oh, Mann. Jemand sollte sich mal um die Tracer kümmern vielleicht. Erwischt. Oh, Gott. Zero down. Jawohl. Oh, hallo, Reinhard. Hallo, Moira. So. Die haben, die, 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 die kontern mich halt gar nicht. Bis auf die Diva ein bisschen. Okay, jetzt haben wir den McRae. Weil ich den anscheinend zu sehr auf die Nerven gehe. Nicht der Versuch, Reinhard. Sleep, 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 sleep. Wee. Alter, lass mich in Ruhe. Ah, Moira. Ich hasse dich. Okay, wir sollten, wir sollten nochmal aufeinander warten. Nice, dude. RAPTORIEN SISTEME ONLINE, Achtung! Wartet auf Ananda. Oh mein Gott! Achtung! Kanteß! Kanteß! Oh Gott! Mann! Kann ich mich wieder zurücknehmen? 0-1! 0-1! Kommt Leute, wir können das machen! Soldat! 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 Oh mein Gott! Nice! Das ist eure gerechte Strasse! Oh Scheiße! Du hast gewonnen! Oh Scheiße! Okay! Okay! Die Diva! Aber ich habe 2 gekillt! Ich habe 2 gekillt! Aber ja gut! Schade! Hätten wir den Punkt gehabt! Mann! Verdammt! Verdammt! Huuu! Fairer Map! What the hell? Wir haben 3 Damage Dealer! Ich habe schon 2 Mal die Leute vor den Tod gerettet! Einmal von Reinhard und einmal von ähm... Äh... McCree! Wie McCree seine Ulti mitgemacht hat! Ich hoffe das hat er wieder gesehen, weil ich mache das nicht noch einmal! 2... 1... ... und 2... Nehmen Sie die Zielung! 1! Weeeee! 2... B politique! Alright, said guys! Oh! Oh fuck! feuer was ist mit ihm los ist der ein bisschen aggro mal da ich bin gerade in den blub geflogen also nicht 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 explosionsmäßig sondern ich meine ihr wisst ihr wir sterben hier wie die fliegen rain down dieser typ nervt also nicht der der redet sondern ich meine so einer ok ja leute ist super na dann halt keine fahrer mehr aber irgendwie bringt sich dennoch nichts wahrscheinlich war 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 wieso habe ich ja nichts getroffen war 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 leute war so schlecht kann wahnsinn 11 minuten wow ok wegen sein kurzes match also somit aber ich bin nicht highlight ok alles klar komm da machen wir noch eins das kann es doch nicht sein ich habe meinen job getan ich bin mir keine schuld bewusst ja aber wenn es nicht an mir lag woran lag es dann es gibt so viele faktoren es könnte der hielt zu wenig gewesen sein es könnte es was meistens ist die leute spielen einfach nicht in team und warten nicht in team ja und warten nicht aufeinander ja und gibt es einiges ok jetzt können wir wieder ein bisschen jetzt können wir ja wieder eine lootbox öffnen lootbox legendär ok merci hey cool die statue habe ich hi hi genug affentheater für euch heute das passt irgendwie nicht aber egal äh also ich meine zum channel tracer ich spiele tracer 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 boah es ist schon wieder drei viertel zwölf oder viertel vor eins heute aufnehmen am abend bin ich dann unterwegs am sonntag muss ich wahrscheinlich den ganzen Tag schlafen ähm ja und dann heißt auch oberchallenge aufnehmen weil ich glaube auch dass mittlerweile auch die oberchallenges geschrieben worden sind also nur für die information ich nehme heute am sechzehnten auf und am sechzehnten kam ich die oberchallenge informations video äh ich kann die voice aber ich kann sprechen sorry ok wir haben wir haben Vincent und mich also wir sind hier relativ schnell hinter den feindlichen linien das ist gut die haben eine oh die haben eine Symmetra die haben eine Symmetra die haben eine Symmetra wo wuhhh 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 nö HEH boah! das erst einmal! okay rage es gibt es dann mag ich nicht erwischt Teleport haben sie nicht ok Ui Nein Hör Gott ist weg Nein Hä Wie kann er das überlebt haben Niiiice Jawoll ich bin tracer ich entschuldige wenn ich so wenig rede aber ich habe hier volle konzentration der hand so jetzt haben die am besten eine bastion haben sie oh gott ich komme da gar nicht mehr hin okay die haben keine keine barriere okay gut die orisa barriere aber die die schnell damit mit junk breath dann fahre ich einmal da rein und machen ein bisschen stress erwischt das holster traut sich gar nicht zum punkt gehen okay schön 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 well played everyone checker time checker time jetzt bräuchten wir aber etwas gegen eine pharah wenn eine pharah kommen sollte das problem ist ja bei der angreifer die können natürlich schnell auf pixen reagieren könnten und können konter picken und somit ist eigentlich jeder angriff also ich meine ist eigentlich die angriffseite eigentlich immer besser obwohl ja gott die verteidiger können sich natürlich super positionieren und wissen von wo die angreifer kommen aber ja wenn ich an der wand entlang leide dreht sich dann das rad in die andere richtung geht leider nicht der war cool aber hihihi keine sorge freunde ich bin euer schild angreifer in 30 sekunden hallo so viele feinde warten da draußen nur um in die luft anstrengend zu werden ich kann mich kaum beherrschen ach so ein schönes bild ok 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 ja erledigt ah Die Falle war jetzt nicht so gut. Ah, ich meine die Mine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, wir haben Gott sei Dank noch Reinhardt. Oh, mein Ultimit ist noch fast wieder ready. Alter, dieser Schild. Oh, Mann. Ja, ich dachte ich sterbe und deswegen bin ich zurückgegangen, weil falls ich sterbe. Obwohl, ja gut, ich kann mich ja selber nicht killen, also somit war das schon richtig so. Huch, wie bin ich denn hierher gekommen? Okay, komm Leute, das schafft man. Halte den Punkt. Nein, okay. Okay, da ist nur einer am Punkt, bitte Leute. Das ist sogar in der Falle. Ach, toll. Warum geht denn niemand am Punkt? Einverstanden. Die waren nicht zusammen, das war unfair. Okay, boah, das ist ein weiter Weg. Ich mag den weiten Weg nicht. Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon, das wäre jetzt so peinlich gewesen. Nein. 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 Oh Gott. Okay, schade. Das war doch so cool gerade. Ich habe mich voll angeschlüchen. Lol. Der wird mich hassen. Oh. Oh. Genji. Ich mag ihn nicht. Boah. Hört auf mit euren. Boah. Hatte ein Glück. Alter, der wusste es natürlich. Achso, ja klar. Mit dem Sonnenabfall. Ja klar. Natürlich. Aber wir liegen gut in der Zeit. Oder besser gesagt, die liegen schlecht in der Zeit. Oh Gott. Die Leute müssen einen so hassen. Wenn man, wenn man eine bestimmte Person verfolgt. Mit dem Reifen. Oh. Oh. Lol. Oh lol. Woostert Mercy. Warum hat sie nicht gewartet? Aber gut, okay. Ich habe sie gekillt. Da. Da. Das. Oh. Holger. Das. Oh. Das. Oh. Der Soldier hat einen Aim. Der hat einen Aim. Alarm. Ich hab dich im Visier. Okay. Ah! Hab keiner gesehen. Komm. Leute. Kommt schon. Obwohl einmal mit einem guten Reifen dann... Oh Gott. Alter, ich kann nicht mal zu irgendwas. Haltet durch. Haltet durch. Nice. Boah. Oh, jetzt hab ich glaubt, ich hab nicht aufgenommen. Ich hab schon wieder auf Live geschaut und nicht auf Record. Haltet durch. Haltet durch. Alexai Games. Stopp. Ich hab kurz meine Alexa aktiviert. Wie ich Alexai... gesagt habe. Okay, alles klar. Interessant. Schaut mal in den Kommentaren, ob euch die Alexa aktiv geworden ist. Obwohl so viele Zuschauer habe ich nicht. Und so viele von diesen Zuschauern werden wahrscheinlich keine Alexa haben. Und von diesen Zuschauern wiederum... Stopp. Und von diesen Zuschauern wiederum werden wohl kaum ohne Kopfhörer hören oder so. Ja, keine Ahnung. Gut. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hoffe ich zumindest. Denkt an eure Overchallenge. Wenn ihr eine habt, gerne in die Kommentare von einer Overchallenge oder dem Ankündigungsvideo schreiben. Vergisst das Hashtag Overchallenge nicht. Und ja, denkt dran, wenn ihr einen 20€ Battle.net Guthaben, Gutschein, Battle.net Guthaben, Gutschein haben wollt, dann gerne reinschreiben und damit euch qualifizieren. Mehr dazu in dem Video würde ich euch empfehlen anzuschauen. Dauert eigentlich nur eineinhalb Minuten. Die anderen eineinhalb Minuten rede ich. Die sind nicht so wichtig. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Grafagawa. Tschüss. Tschüss.